hallo und herzlich willkommen wieder hier zu Wimworld wie viele, wir reißen das hier ab, das hier abreißen wir bauen das hier ab, oh was ist das? oh das muss ja weg ich würde das gerne hier hin bauen und das hier auch weg 1, 2 hier hin und das abbauen zurück der Schneehase willst du hier rein? abbauen, abbauen und wisst ihr was? ich glaube für das hier brauche ich noch einen Futshelfer 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 was haben wir hier für alles? warum kann ich es nicht machen? 1, 2 zu 20 die fehle wenn ich das hier irgendwo das hier ist nicht angeschlossen gut to know im wunder dass ich das andere hier noch anschließen musste so viel stahl im untergrund ja und das hier kann ich versetzen und zwar hier bin ich weiß dass ich keiner wecken kann aber warum kann ich keinen baum das kunst ist doch keine kunst 50 stahl lag hier nicht oh hier liegt kein stahl rum stahl hier ist kein stahl wo doch ein stürz hier irgendwo doch ein stürz produzieren genug helium gas glaube ich produziert ihr mir hier mal da oben noch mehr stahl schau ob hier noch irgendwo was rumliegt silber stahl stahl hier ist überall stahl wie kommt man denn da hin so hier durch und hier hin zack 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 verbunden namen händler den hatten wir schon ewig nicht mehr so kontaktiert ihr hier mal das ist so die verkauft ihr hochsozialtiere nichts was wir brauchen konstruktion brauchen wir nicht kunst neurotisch aber seine schwachen nerven können zum verhängnis werden ja aber so einen hohen künstler wäre vielleicht was sonst will ich hier nichts verkaufen oder kaufen besucherkoppel hier unten ist strom hier unten ist auch irgendwo nerfang ööööö nötchen paste pipe und das hier ist für gefangene gefangene Strukturenabfängnistür. Warum kann ich das nicht aus Schiefer machen? Really? Warum geht das nicht aus Schiefer? Ich glaube es geht aus Schiefer, nur übersehen. Wir brauchen noch Schiefer. Wo ist, wo ist das hier? Das hier muss repariert werden. Ah, hier ist mein Stahl hingegangen. Macht Sinn, dann macht das Sinn. Abreißen, das Abreißen. Noch eine große Ladestation. Können wir hier zwei hinsetzen? Reichen? Zwei? Glauben nicht. Ich brauche irgendwo eine Ladestation für die irgendwo zentral. Hier? Hier? Ne, hier möchte ich eher eine große Dings hinsetzen. Helixchen, Gass. Oh, das ist nah. Ich weiß nicht, ob ich darauf zugreifen kann. Vor allem, weil das ja unendliche Pockets sind. Äh. Ich könnte die Ladestation hier irgendwo hinsetzen. Einstellungen zu erweitern. Einstellungen einfügen. Löschen. Dann mache ich hier die Ladestation hin. Für die Großen. Warum kann ich das hier nicht hinsetzen? Überlockt euch Schäfer, aber hier nicht. 100% Wertung. Das höre ich doch gern. Machen wir das hier noch hin. Ja. Ohne Tür. Schäfer. Na. Das haben wir genug für alle Gäste. Das kann ich noch nicht. Das sind die billigen. Das sind die billigen. Das kann ich noch nicht. Das hier erlauben. und ich brauche mehr Schiefer Guarded mehr Schiefer mehr Stahl das würde ich gerne alles löschen neue Besucher so, das hier bauen ich möchte, dass die alle hier durchgehen äh äh, diverses ich möchte das vielleicht hier noch entwässern hier hin, hier hin so kann ich da ne, hab ich da Strom aufgabe putz irgendwas verwirrt ja, die haben ne Dreckstimme äh, die hätte ich auch, wenn ich die wär hier unten am verrotten ja, wenn hier Leute ausbrechen, müssen sie hier rein und durch die ganzen fallen oh, und meine Roboter gehen die wieder heben hier werden wir nicht angezeigt, weil der Tiefenscanner ausgeschaltet ist ah, das macht Sinn äh, okay, die kann nur, geh ich hier hin eskortieren 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 wegtragen 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 das hier muss alles noch, äh, zerlegt werden hier alles schön hier rein jetzt haben wir wieder Stahl Stahl mit ein paar Components kann ich hier den Steel Extractor anmachen und dauerhaft Stahl bekommen aber die Components hab ich nicht auch mehr Handwerker frag mich, ob das Ding hier äh, der Tunnelgräber diesen Deep Trill liehen kann ich vermute mal nicht hier ist Cuccio äh Violettes Alpaca das waren die, die hier gekommen sind, um uns zu helfen okay wo ist Matthias bevor die wieder irgendein irgendetwas seltsames bekommt ich weiß, dass da nichts connected ist das soll es auch noch so, na, weiter würde das das hier auch gerne noch jemand und, äh nein nein, nein wegtragen wegtragen wir haben Minustemperaturen hier Hauptstahl Besuchergruppe schießt ihr habt ihr den Hasen wirklich wow ihr seid ja großartige Jäger Meisterjäger sind das gut Anfall wohin gehst du was zerschlägst du warum zerschlägst du in deinem Raum äh guck mal wir haben nur einen gefangenen Raum für dich oh man da hat es stahlfrei wo gefängnis bist du ah du bist bekehrt jetzt wirst du rekrutiert wie viele Bauteile habe ich eigentlich noch ich habe welche gekauft gehabt es sind aber nur noch neun übrig das heißt hier werden die auch umgewandelt ich möchte zehn haben zehn reicht fürs erste dann brauchen wir Stahl abstimmen auf Matthias Anbreitung wird hoch eine große Ladestation auch noch irgendwo hin fertig große Milchladestation hierhin und hierhin dann ist das einfach so Totoa Sprele abbauen abbrechen abbrechen eins zwei drei befehle abbauen so weißt du was das hier entfernen so oh freiwurzel hallo was brauchen wir noch naja wohnt er gerade weil es umsonst ist nicht ja ok die die Brücke so das hier und Roots nochmal davon mehrere ja Vogel Vogel sagt auch dass du mehrere machen sollst wird natürlich direkt verbraucht mhm Vogel ich weiß ich weiß dass es seltsam ist und dass sie das da von oben nehmen und nicht von hier was haltet ihr eigentlich von eurem Essraum so schnell bist du unternährt äh detoys for much detoys for much jesse kappa ne wie sitzt es mit stahl aus wird langsam weniger stahl da nicht die großen brauchen ewig bis sie geladen sind naja nee mit den stahl für was anderes hilfe so matthias macht das schnell und dann liegt so ein bisschen love in so ich hoffe dass die putzhelfer hier helfen ich glaube die können das ohne wohnen in solchen Ja. Untergrund gescannt, Turan zum Ortspringen. Auch nicht irgendwo, wo wir gerade direkt Verbindungsmöglichkeiten haben. Schau ich noch einen hiervon? Zwei davon, Medizin. Ja, Untergrundscanner drücken, was haben wir hier, Stahl, ja Stahl. Ich hoffe wirklich, dass dieser Roboter das benutzen kann. Und dann ein Peaker. Schön Range. Ich brauche diese erweiterte, gedöhnt, wo ist es, Hauptporschung, hier, das Fabricator, den hätte ich gerne. Die Mech-Booster und RIP-Scanner, die Sanitäter und auch so weiter, alles, alles interessant. Minus 20. Wie viele Worte haben wir eigentlich? Hier. Hier ist natürlich nicht so viel. Hier ist nicht so viel. Gut. Das hier muss erweitert werden. Die Sammlung. Hydro-Kultur. Könnte natürlich hier noch weiter graben, aber irgendwie so. Im Moment ist nichts damit verbunden. Die Factory hier mit irgendwie noch verbinden. Hm. Wir haben genug Strom. Das ist ja schon mal sehr viel. Und sobald wir hier mehr Stahl rausholen, bin ich auch glücklich. Wie happy denn. Wie happy. Ja, und mehr Sandstein. Macht das hier mal. Ja. Du kommst in Koppel 2 arbeiten. Er ist alles schön sauber. Aber dann scheint es ein Säubern nicht Teil von einem Giften. Das wusste ich nicht. Sonst hätten sie doch schon lange hier entgiftet, oder? Ich dachte, das wären die Säuberungsroboter, die das können. Sind es vielleicht gar keine Roboter? Können die vielleicht gar nicht entsäuchen? Ja. 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 Ja, okay. Dann war das wirklich Reinigen. Nur unsere Roboter wollen es nicht. Da haben wir ja doch gedacht, dass das Reinigen war. Die wandern in die Bomben her. Na was? Na was? Ich lade State. Ja. 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 Was ist das? Ja. So, verbinden. So, und das sind dann genug Betten. Drei Gefangene, mehr hatten wir bisher auch noch nie. Umleitung. Und. Nutrien-Praise-Pipe. Strukturen, Produktion, Möbel. Wall-Light. Must be placed on wall. Nee. Gar nicht. Erholung. Sprono löschen. Für irgendeiner meiner Roboter. Protzelhelfer eskortieren. Und. Arbeiten. Gut. Rearmt mal die ganzen Fallen. Perfekt. Das ist toll, wie diese Roboter einfach hier durchlaufen. Zack, 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 zack. Alles fertig. Äh. Produktion. Von. Wo? Ah, Vehicles war doch ein extra Tab, gell? Wenn ich die mal da, Vehicles war ein extra Tab, ja. Äh. Besser Checker. Hm. Wundergrundstahl. Ja. Ich hatte dir zu oft gesagt, dass du, äh. Schäfer machen sollst, nicht? Oh. Oh. Ah ja, ich hatte dir zu oft gesagt, dass du, äh. Schäfer machen sollst, nicht? Oh. erweitern. Hier hingegen. Glaubenskrise Porg. Er ist Porg, du bist Porg. Immer noch einer von uns. Besuchergruppe? Seid ihr welche, die arbeiten oder seid ihr solche Freeloader? Ich habe lieber die, die mir Silber bezahlen, als die, die für mich arbeiten. Produktion. Abreisen. Wo sind die Schiffszeile? Wegtragen. Stahl. Okay. Weg damit tragen. Auf Stahl. Sehr viel Stahl. Sehr viel Stahl. jetzt upgraden die mechanoiden hier ist es auch infinite ah ne das ist begrenzte alexia wo ist der marmor meteorit hier goddammit hier durchgraben hier stahl hinsetzen und ne verbindung bauen so hier hin verbinden ich brauche diese zwei mechanoiden komponenten sas sas oh ein android cool android der handwerk kann hallo stars schmieden nicht reinigen nicht forschen perfekt dann mach du mal dein handwerk und mit diesem neuen kolonisten bin ich der heutige folge danke fürs zusehen ich hoffe ihr hattet spaß falls ihr spaß habt lasst mir gleich mal das kommentar da man hört sich beim nächsten mal bis dahin ciao ciao